Und dann kommen wir zurück zu einem immer noch nachkommentierten Part. Wie zahlen wir das? Nee. Was machst du da eigentlich Arne? Wir sind die Aufsichtspersonen. Ja. Wir sind hier nur noch am Labern und gleich wird was ganz Tolles passieren. Auch in Minecraft das erste Mal wird es jetzt gleich... Alarm! Der Fall sein, ja. Seht ihr mal was der gute Reel hier... ...mithilfe von jemand anderem Schickes gebastelt hat? Ähm, ja. Das werden wir jetzt in Zukunft bei Arne Videos haben. Ich werde nichts sagen, aber jetzt sind die Bäume alle... Aber ich will jetzt immer... Ja, meine Kollegen saß da nicht weiter erst mal unterbrechen, ne? Ich will mich leveln, ich will meinen Feuerboom wieder haben und dann werde ich auf Nickelsjagd gehen. Lass mich eigentlich verarschen. Hört sich dann an einem guten Plan dann, ne? Das finde ich auch das Beste, weißt du? Jetzt, wenn man Fett ist, wenn ich das mache, ja. Aber Arne immer gleich gefällt dir nichts zu bringen. Ja. Ist so ein Kameradenschwein ist der Hammer. Ich weiß nicht, warum ich mich mit dem... Wenn es darum geht, äh, Nickelsjagd auszuwischen, bin ich gerne dabei. Das hat ja nichts mit Auswischen zu tun. Was? Das ist einfach mal aggressives Verhalten. Also ich würde eher von analer Penetration sprechen. Jetzt würde eher von Terrorismus sprechen. Terrorismus schaukeln die beiden sich jetzt hier hoch. Kann man das auch ausdrücken. Naja. Das war einfach Fabian. Fabian, ich fühl's witzig. Ich fühl's witzig. War nicht eigentlich alle zu creeper da hinten? Das ist auch gut, wenn die einfach wiederholen, was ich sage, dann dann... Ja, alle alle lächerchen. Oder was ich gesagt habe. Wow! Da war sein typischer Creeper-Schrei mal wieder. Alle lächerchen... Wow! Was wenn immer. Wow! Wenn er den loslässt, dann ist der Creeper irgendwie in der Nähe gewesen, ne? Ja. Jedes Loch war einmal ein Creeper und jeder Creeper war einmal ein Loch. Was? Was zuerst war? Das Loch oder der Creeper? Das Loch. Jetzt wird's ganz deep hier. Was? Was ist das Loch? Was ist das Loch? Wird das nur bei dir? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe eine Spinne gehört. Ich sehe gerade, das ist ja richtig... Ich glaube, sie steht ja mal direkt vor mir. Richtig vorn angenommen. Sie bitte. Aua. Aua. Was sagst du? Skletz! Warum habe ich mir Holz herausgeholt, wenn ich da noch einen Haufen Holz habe? Ist egal. I'm the blöden Fee-Shuttle. Da baixo rum. Ichifique Tr Nomops. Wreckigen kleinen sp seller. Die spinnen. Die spinnen. Mal als man an K automob routing. Die spinnen's auch. Ich bin da. Isaac Izan Spiner. Isaac iZz Hornst cara vida��? KNNST DU DINNICHT? Ohja, das sind ja so ne eingedeutschte Sachen. Muss ich gestehen, der ist mir neu. Wat? Irgendeinen hab ich da auch noch. Ich hab ein Einachricht geworfen. Vielleicht ist da ein weiteres Blitz dann. Böse Hühnchen und der wollte nicht, dass ich sie töte. Das klingt logisch. Ja. Belege mir grad sogar, ob ich die Experience Points von Max liegen lasse. Hätte ich kein Problem. Also das wäre ein richtiges Gepuschel von Max. Das ist ein Scherz. Das ist ein Mini-Zombie mit einem Eisenschwert, das ist ein Scherz. Hast du den blanken Schock in Nickels Augen gesehen oder Mund gehört? Weißt du, was noch wesentlich lustiger ist, Nickels? Ein Mini-Zombie mit einem Eisenschwert und einer Eisrüstung. Das ist natürlich wesentlich lustiger, das denn. Der hat richtig... Auf alle Fälle sehr gefährlich. Oh, und was ist das? Nichtsdestotrotz, ich habe einen Höhenvorteil, habe ich deswegen... Ah, ja, genau. Ah, hilft uns unser guter Snowman. Sehr schön. Nickels sagte Bogen bauen. Theoretisch geht es eigentlich gerade auch ohne, dass ich irgendwas mache. Weiß ich, ob ich mich... Oh, mach ich. Was tust du hier auf dem Feld? Ah, ja, genau. Ah, das war's ein paar Pfeile in dir. War ich mir sicher, dass Nickels hier oder irgendjemand da oben nicht zugemacht hat. Und ich glaube, es war tatsächlich Nickels. Das sieht genauso aus. Rück mal der F hier, Ahne. Ne, muss ich noch kurz sagen, weil das geht ja relativ gut eigentlich. Oh ja, aber du hast noch ein paar mehr. Selbst wenn ich nichts sagen würde, hätte ich das hier hochladen können. Ey, kann ich ja funktionieren können. Wie das deutsche Fernsehen, die gehen zugrunde. Nickels muss ich auskennen, ne? Ey, hier ist zwei Mini-Zombies und ein hat eine Schaufel dabei. Warum? Lieber, warum? Oh, ich scheine hier wahrscheinlich ziemlich sinnlos irgendwie durch die Kisten durchzugucken, aber... So viele verschiedene Kipps? Scheinbar... Kipp, ja. Ich zähle fünf Skletze in diese Richtung, hätte ich mich nicht. Ich habe da jetzt auch ein bisschen was geredet und dann kann ich mich ja nicht konzentrieren. Ich kann nicht zwei Sachen gleichzeitig. Nee, Zombie, Zombie. Du-dum-du-dum. Boah, dann beobachten wir. Es müsste Schiegel. Es müsste Schiegel geben, die müssen schneller sind und dafür weniger Schaden machen. Äh, nein. Ah. Wie ist das so ein wandelnde TNT-Block am besten? Ja, genau. Da steht dann, ob die T draufgegangen ist. Ja, ich weiß nicht, was das Problem ist. Ja, ja. Das brauchen wir jetzt noch. Wandel, lauf, ja. Ihr werdet, ihr werdet, so wie Gronkh, der sein... So, sowas. Bloß laufend. Ah, ja. Bitte, bitte. Natürlich. Und sobald es dich berührt, macht es Bumm. Natürlich. Das kann ich, ob ich da hier gleich die Wand links noch weiter aushebe. Rett hinterher. Oh, das sieht aus wie Molz. Oh. Ah, ich habe mich gerade original in dem Moment umgeguckt, ne? Hey, what the fuck. Hey, das ist der Knitze. Aber bist du denn letzt schon, oder? Oder kommt es wieder so vor? Da kommt dir so vor. Ja, genau. Da will ich halt exzellente Pfeile machen. Aber ich glaube, damit bin ich noch nicht so ganz zufrieden. Du nimmst ein Lineal? All... Das ist, wenn man eine ernste Frage stellt, ja? Das war echt super. Das war echt super. Aber ich glaube, ich finde sie vielleicht noch diese Striche. Ach, jetzt hört man ja. Ja, genau. Das war so geil mit dem Zen-Garten. Das war so extrem. Ich glaube, da klingt es noch nicht. Warum sollte ich im echt Zen-Garten? Warum nicht? Wenn ich kaputt geht, wenn ich da aufspringe. Lass dich! Lass dich in Ruhe! Ihr seid alle scheiße. Ich glaube, Fabian verwechselt gerade den Zen-Garten so ein bisschen mit der Frage, was ich gemeint hatte, wenn es nicht regnet, geht dann ein Feld von alleine kaputt, so. Da ging es doch aber im Zen-Garten. Ja, genau. Deswegen... Oh, da ist Max hinter dir. Hinter dir in dem Loch wieder. Naja. Oh, er hat eine Rüstung! Verzauberte Lederrüstung! Das gefällt Max doch. Nein, der hat keine Sklave. Verzauberte Lederrüstung, oh ja. Wenn das nicht zauberhaft ist. Ein bisschen falsch gemacht habe. Ein Wortgigant. Gut, aber ich... Ich glaube, das werde ich weiter so machen. Er ist hochgekommen, oh Gott. Es ist Razed, das ist Sand. Warum Max gerade so scharf auf Lederrüstung? Ich weiß es nicht. Oh, er hat mich getroffen. Mal lassen wir ihm den Spaß. Oh, er hat mich getroffen. Oh, er hat mich getroffen. Oh, er hat mich getroffen. Oh, er hat mich getroffen, der ist tot. Hier noch. Monsterzeug, oh. Sehr kreativ. Also, irgendwie kann ich meine Beine nicht mehr bewegen. Welches Level bist du, Münzen-Schnade? Nein. Nein. Da spring ich nicht rein. Da ist ein Enderman drin. Oh, 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 oh. Werkezeug auch sehr kreativ. Da ist der kleine Zombie von reingefallen. Ja, wo bin ich? Anstatt dass er sich einfach zusammen eine XP-Maschine baut oder so. Hier ist eine XP-Maschine. Eine Monster-Falle. Wir haben hier unser... Nee, das ist eine Monster-Falle, da muss ich demnach anwesend sein. Das ist blöd. Genau, da meine ich, dass wir mit unserer Ebene da zufrieden genug sind. Die ja auch echt cool ist. Also, da kann man ja gut leveln. Man muss halt auch aufpassen, dass man nicht... Oh, da ist eine Hexe! Aber das ist schon ganz cool da. Mit der Ebene. Offensichtlich konnte ich ignorieren, Fabian. Ja. Oh, oh. Ich komme, ich helfe dir. Zwei Mini-Zombies, keine Ahnung, ich darf sie sterben, ich darf sie sterben, ich darf sie sterben. Ich will gar nicht wissen, was die beiden da gemacht haben. Hey, die beiden sind so ein bisschen, warum geht das für die Hexen, die Hau? Die Dreck die Hexen. Dreck die Hexen? Du darfst uns blitzen, wenn du dich erwischt bist du nicht tot. Dann lauf auf dein Leben. Johnny, lauf. Johnny, Herr Santu, hast du mal locker. Halbsherz. Locker. Oh mein Gott. Wenn ich jetzt den Kühl erfrierte, sterbe Lachs nicht noch. Da fängt der Lachs wieder an zu singen. Apropos Lachs, äh, Lachs sage ich schon, Lachs. Äh, wenn ich auf Tab drücke, hat Max ja die schlechteste Pink. Apropos Lachs? Ich hab immer den schlechtesten Pink. Ja, ich hab's noch. Zombie mit Schwert, Zombie mit Schwert, Kopp auch mit Schwert, Pong mit Schwert. Da ist das Blatt abzuwarten. Brennen, das muss doch der Geschlechteste von Pong haben. Kadeos, ich hatte den. Max, kannst du Pong spielen? Was ist das denn? Der Urvater, Alter. Ah, jetzt. Hat sich erledigt, ist okay. Zwei Strichen und zehn Ball. Ja. Ja, was ist denn das? Der Urvater aller Videospieler, also. Ja. Ja, ja, kenn ich. Ohne da dieses Spiel hätte es niemals Minecraft und alles andere gegeben. Klar. Äh, 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 ja, bestimmt. Nein. Wo ist die Hexe hin? Ich denke auch, da hätte es einfach andere Spiele gegeben. Wenn jemand das Videospiel erfunden hätte, wie ein Penner, hätte irgendjemand anderes ein anderes Videospiel erfunden. Mal. Es ist ja spielend leicht. Ohohohoho. Ach, du bist so unklapp. Immer diese Wortspiele, Nicke. Danke, ich bin ein Wortgigant. Du bist so unklapp. Kann ja auch nichts dafür, die kommen mir halt einfach in den Kopf. Du bist der größte Wortgigant. Ich weiß, danke. Ich kann euch mal überlegen, ob wir den Wuden gründen müssen. Den Wuden gründen? Ja. Ja, wir haben jetzt aber, ey, ich hab das erste Mal eine Nachtsinn überlebt. Weiß nicht, ob ich jetzt direkt schon zu mir gehe. Das ist einfach das Dorf. Darf ich nochmal zurückkommen? Ja, nur A, Weg, Arne. Nee, aber ohne Scheiß, dass ich nicht da gewesen wäre, wäre es natürlich ein kleines Zombies der dreckigen Hexen verreckt. Und ich werde jetzt diesen Creeper dort, der in der Nähe unseres Hauses steht, angreifen. Dann habe ich ja ein Willkommensgeschenk, Fabian. Bestimmt, um den mächtigen Fabian zu bedämpfen. Unbedingt. Warum gibt es ja so eine Treppe? Ich bin oben schickt dich. Ich will noch mehr. Ich weiß, wie ein Mann sieht aus der Knochen aus. Du Sehne darfst denn nicht männlich. Jawohl. Ja, nee, wir wollen uns nämlich gleich dann nochmal zusammen auf den Weg machen. Ich habe gerade wirklich intensiv nach diesem Eicherkisschen den Weg gefolgt. Er hat danach intensiv gesucht. Aua. Okay, Arne, ab in die Höhle jetzt, wir sagen uns da weiterjagen. Oh ja, da muss ich mich aber auch so ein bisschen ausrüsten. Ich brauche so allerhand. Ich brauche so allerhand. Fabian, wir wissen immer noch, wie jede Sache fahren. Leg meine Sachen mal hier so rein. Das schafft wir sehr wohl. Zu schnell wird das. Moment, reden wir von schwarzen Köpfen? Nein, wir reden nicht von schwarzen Köpfen. Wie sollte man, wieso sollte man so dumm sein und schwarze Köpfe fahren? Gott. Ist doch total aufwendig. Aber ich will nicht. Ich weiß nicht. Ich habe die zufällig was zu essen, ein Schwert und eine neue Rüstung. Ja, hoffentlich hat das ja... Da ist eine Rüstung, kannst du hier drinnen, ist eine verzauberte Goldrüstung mit Protection. Nee, die würde ich mir aber gerne mal irgendwann nochmal reparieren. Da ist eine kaputze Eisenrüstung noch drin. Was brauchst du denn, wenn du... Du läufst also unten ohne. Ja. So kenne ich Arne. Gute Luft. Goleo-Style könnte man dazu auch sagen, ne? Schön, wenn es... Es ist schön, wenn der Wind so unten rum, du weißt. Freiheit und so. Ja, ich kenne das Gefühl. Friendship. Oh, ne Hose. Wer hat hier irgendwelches Zeug in die... Ich, 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 mein Zeug. Es ist nur mein Zeug, ich nehme alles nachher, sie haben es. Oh, auch die verzauberte Schaufel. Die Ultimative. Eier, wir brauchen Eier. Hast du eigentlich die wieder gezogen, das? Keine Ahnung von Fußball, aber das kennt er, ne? Habt ihr noch ein fertiges Schlauch? Habt ihr noch ein fertiges Schlauch? Oder... Wo ist es überhaupt? Bei dir da unten, ja? Ich bin die Mechern, die. Ne, hier ist es nicht. Ich hab mein Diamantschwert mit. Ich packe mal lieber mein ganzes Diamantschwert raus. Naja, ihr seid ja noch da, ne? Ihr könnt fast dann ja nicht nehmen. Was zu helle, warum ist hier noch eine Mauer? Die hat mich da hingebaut, weil mir da zu viel reingelatscht ist. Ey, da ist nie ein Fieber mitgekommen, ja? Ah, es muss Platz. Jemand. Jeemals. Einfach alles. Aua. Na, einfach. Na klar. Das wusste ich schon gar nicht mehr. Nickels. Ist das euer Ernst? Warum fällt der runter und explodiert gleich? weil jemand nicht zugemacht hat, das sollten wir sowieso jetzt generell einfach zulassen ich war nicht der, man hat jetzt die ganzen Kisten gesprengt ganz knapp nicht, nur ein Ofen, ach stimmt und eine Kiste ist nur scheißegal, wir brauchen den Eingang doch sowieso nicht mehr die Netherrack Kiste da links, vielleicht werde ich es auch sehen ja, ich habe hier einmal Netherzeug ich frech halt ja ich meine es ist ja nicht so, dass es ein wichtiger Rohstoff wäre aber naja, klassieren wir mal die Kiste wieder da den vorer Nance wollen wir auch meine geilen Rhymes alles was man aus dem Netherzeug bekommt tue ich jetzt erstmal oben hin und noch ein bisschen mehr ja, geniale Idee ach so, vielleicht sollte ich dir auch Fackeln mitnehmen ich habe gar nicht mal so viele Fackeln, das gestaltet sich also schwierig welche mitzunehmen ich bin sicher, ob ich gleich nochmal die Hälfte abgebe Pfeil und Bogen würde ich aber ach ???? Danke bitte? sag es was ginge árzt richtig Nein, aber du kriegst noch Game of Thrones, oder? Du bist so ein Arsch auf der Schweiz, das war echt wahr. Ich muss grad aber ein bisschen lachen, warte kurz. Ja, gib mir noch ein paar Minuten. Er wird keinen Spoiler von sich geben im Game of Thrones. Was soll er denn sagen? Wir sind heute aber gut an vorhanden. Fancy beim Friseur. Dankeschön. Ich freu dich eh jetzt mal ein Appel, ey. Vor allem, naja. Wer macht das so gut? Werner! 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 Manchmal frag ich mich echt, was du die letzten 25 Jahre gemacht hast. Ach Gott, der... Okay, gut, weil ich Werner jetzt nicht so gut kenne. Ist ja egal. Ich hab's vielleicht ein oder zweimal gesehen. Was ist da los? Das würde der jetzt gerne, jawohl. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ein besseres Eisenschwert wäre noch geil gewesen. Essensmäßig sollte es gut aussehen. Ähm, Holz wäre noch ein bisschen nicht schlecht gewesen. Ein paar wenig Fackeln. Ja. Und keine 10 Meter gelaufen. Sieht man hier schon den ersten Creeper. Ja. Ausgezeichnet. Und ich sehe, der Part neigt sich schon wieder dem Ende zu. Deswegen halte ich jetzt mal die Schnauze. Lass das jetzt hier gleich noch ausklinken. Und wir sehen uns dann am nächsten Mal. Letzten nachkommentierten Parts. Ja. 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 Ja.